So Leute zusammen, wir wollen euch herzlich begrüssen, zum ersten Teil der Lampenbewerb, der die Videogang hier in der Disco Starlight macht. Ich bitte euch gerade begrüssen, erstens, und zweitens vorstellen meinen Moderationskollegen, der Oli, einen grossen Applaus. Hallo. Meine moderne Kollegin, das ist die Viola Tami. Jetzt müssen wir uns natürlich auch noch die Jury vorstellen, weil was wäre ein Talentwettbewerb ohne unsere Jury, Oli? Die Videogang ist vertreten durch Buschi und Mä. Und jetzt haben wir noch ein kleines Zückerchen für unsere Frauen, nämlich von der Popgroup der Schweiz, Pure Pleasure, der Reto und der Sven. Einen grossen Applaus. Da ist Karin Gisler, sie ist 18, kommt aus Wassersdorf und singt für uns One Moment in Town. I live to be the very best, I want it all, no time for less, I play the plans, now lay the chance, Here in my hands, here in my hands, I want it all, no time for more than a thought I could be. When I live to be the very best, I want it all, no time for more than a thought I could be. And then, in my hands, in my hands, I want it all, no time for more than a thought I could be. And then, in my hands, I want it all, no time for more than a thought I could be. And then, in my hands, I want it all, no time for more than a thought I could be. And the answers are all up to me Give me one moment in time When I pray to stand there And then in that one moment in time I will fear, I will fear In the world Was hast du für Hobbys? Natürlich singen, Theater spielen, tanzen, Bücher lesen Und gehst du in die Schule oder arbeitest du? Im Moment mache ich noch eine Lehre als Paveterinstein Nicht mit Musik so? Ich nehme in der Freizeit Gesangstunden und Theaterunterricht Wie lange das schon? Gesangsunterricht ist ja auch Hast du einen Tränenbruch? Sänger, ja Was bedeutet Musik für dich? Was hast du für ein Gefühl für Musik? Im Moment bedeutet es mir alles Ich stehe am Morgen mit Musik auf und gehe am Abend mit Musik ins Bett Und warum hast du dich bei uns angemeldet? Als Applausch am Singen Und dass ich mal auftreten vor unserem Publikum Okay, danke, nochmal einen grossen Applaus für Karin Als nächstes sehen wir und hören wir Sabrina Stierli aus Riedeke Mit ihren zwei Kolleginnen, Janine und Romina Sie singen Eternal Flame Sie singen Sie singen Sie singen Sie singen Sie singen Sabrina, wie alt bist du? Ich bin 15. Hast du einen Traumproof? Ja, ich möchte gerne Zahntechnikerin werden, aber Sängerin wäre ich nicht schlecht. Und ihr, Janine und Romina, was wollt ihr später werden? Äh, ich weiß noch nicht. Irgendetwas mit Kindern. Irgendetwas mit Kindern. Okay, vielen Dank und einen grossen Applaus für die drei Gäste. So, jetzt kommen zwei von den Wettbeer-Jungs, die sich für uns gemeldet haben. Sie singen zwar nicht, aber sie tanzen traumhaft. Und zwar zu Tearing up my heart von NSYNC. Großen Applaus! 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 Ich möchte euch jetzt fünf Fans auf der Bühne begrüssen. Sie nennen sich We Loss It Tee und singen Akapel. Das Lied heisst If I Ever Fall In Love. Falsche for Sie fe 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 Das war's für heute. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. . Und du bist du, du bist du, du bist du. Wie alt bist du? Ich bin 16. Du? Ich bin 16. Was sind eure Hobbys? Ja, sicher mal Sinne. Und du? Für Sport habe ich fast alles. Warum habt ihr euch angemeldet oder wer hat euch angemeldet? Angemeldet hat er uns unser Musiklehrer, eigentlich ohne uns zu fragen. Schlaumeier, oder? Okay. Danke vielmals und nochmals einen grossen Applaus für die zwei. Jetzt weisst du aber Oli, mit welchen Frauen treibt er sich wieder umeinander? Oli? Oli! 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 Und der dritte Platz, hat die Jury entschieden, geht an Nummer 1, Karin. Hey! Gratulation, wo bist du? Oli! 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 Oli!